meine empfehlung einfach mal das turmforum besuchen und hier mit der animation den zukünftigen bahnhof und den bereich drumherum erleben wir sehen hier beim notausgang den zugang zur klettpassage und können virtuell den kurd georg kiesinger platz schon mal betreten wir sehen hier die markierungen am fußboden also die heutige die heutigen schächte die aussparungen in der baustelle des technikgebäudes sind hier zu erkennen als ich schätze mal notausgang gänge eventuell auch belüftung oder auch beleuchtung was ich jetzt weniger glaube so 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 schnell kommt hier kein zug so dann ist das mal kurz erlaubt so 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 jetzt werden wir nochmal diesen gefürchteten wall überschreiten so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke fürs Zuschauen, ciao!